So... Top Tier gegen Vierer! Halleluja, Wargaming! Was ist los? Muchas gracias! Küsschen gehen raus, Brudi! Ich hab bloß keine GANDIPRESSION. Oh, Sau! Du hässliches Stück! Panzer! Oh, bist du hässlich! Achso, ich hab ja noch was vergessen hier. So, pass auf! Madcat, vielen Dank für die Gifted Zaps! An Player, an Skorpion und an Herr Biernot! Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank! Und das Arschbackenherz für dich! Dankeschön! Das ist Mobbing, der Panzer hat auch Gefühl, ach Quatsch, ja! Das ist ein Franzose, also bitte! Dum, 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 dum. Fah, 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 fah! GANDIPRESSION, GANDIPRESSION, NICHT VERHALFN, NICHT VERHALFN OO. Hallo! Willst du noch mal? Hallo Hallo Und tschüss Hallo Jetzt kommt die Arti dazu Okay, jetzt werden es zu viele Noch gar nicht brechen, scheiße Wirkungstreffer Wirkungstreffer Der ging voll durch ihre Panzerung Der ging voll durch ihre Panzerung Kommandant ausgefallen Ich könnte hier ein bisschen Hilfe brauchen Ach guck mal, jetzt sagt OBS wieder, dass es ruckelt Ich habe keine Ahnung, warum das OBS tut Ich weiß nicht, warum OBS so ein Problem mit World of Tanks hat Bei Anno macht es das nicht Ich könnte hier ehrlich gesagt Oh, wo steht denn der Oh, scheiße Nein, 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 nein... Die kommen am KV2 nicht durch. Wenn ich Vorfahrer bin ich tot. Also, wenn er trifft. Das Stuck kann ich mehr spotten. Die Sau kann ich spotten. Das Objekt finde ich ganz nett auf Tier 6. Das ist ja gar keiner mehr da, der jetzt auf irgendwas schießen kann, wenn die jetzt vom Hill runter pushen, oder? Ja, da kommt er. Da kommt der Nächste. Tschüss. Er verschießt. Ja, komm ich nicht ran. Er ist ja gar nicht. Er ist ja gar nicht, da muss. Abtrahler! Erwischt! Oh, der dreht sich genau rein! Oh, der dreht sich nicht! Was ist denn los? Ich bin so... Nein! Oh, oh! Ich hab ein bisschen Angst! Ich hab ein bisschen Angst! Ich hab ein bisschen Angst! ich habe keine gun depression das ist mein problem und er kann jetzt hier die zu seinem vorteil nutzen fuck er hat verschossen ich brauche ich brauche eine ball dreher an ich brauche eine ball dreher an ich brauche eine ball was habe ich was so passt jetzt habe ich ja verpasst wichtiges ereignis ach so ja danke ja union schön danke mir ist warm ich wusste noch gar nicht dass ich keinen panzer auf dem hub da war ich ne menge glück dabei ich meine kv2 verschießt die su da macht man amorek ich brauche was können wir erstmal arti fahren das ist holy moly nein tv der kv2 der hat so viele hit points gehabt der hätte einfach noch rumfahren müssen selbst wenn er den einen schuss nicht trifft ich mein ich werde ich hätte schon längst tot sein müssen dort was war denn das bitte die stellen sich an wie die ersten menschen also ich sehe es ich habe es vorhin in der objekt 244 runde gesehen da hat kurz die gelbe lampe quasi aufgeleucht aber auch nur kurz aber so richtig standbilder das sehe ich halt bei mir nicht die die nacht herr biernot schlaf gut gerade ist alles in ordnung Wow, 257. Ja, richtig, richtig gut, was du da machst. Dirk hat keine Probleme. Okay. Läuft prima, schreibt Studie. Strange. So, was machen unsere beiden Scouts? Die Fallens Valley. Beide. GG. Okay, Phantom. Vielleicht ist es auch wirklich das, was die Probleme, die Manuel hat. Gerade andere und auch die Probleme, die Zombie hat. Andere, die ich jetzt hier im OBS habe. Vielleicht ist es ja ein Problem einerseits bei Twitch und dann nochmal extra Probleme auf... Also mit OBS halt. Jetzt ruckelt es auch. Also hier, es geht alles, also jetzt gerade geht alles sauber raus. Also jetzt kann ich es gerade bestätigen, jetzt sagt mein OBS keinerlei Probleme. Bei mir fest. Oh wow, schön vorbeigesandelt am Type. Oh scheiße. Ey Leute, könnt ihr mal... Die stehen da rum und machen nichts. Großartig. Könnt ihr auch mal euren Arsch bewegen? Wirkungsstreffer. Wir haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Alles. Wirkungsstreffer. Kette abgeschossen. Wirkungsstreffer. Wirkungsstreffer. ég. Wirkungsstreffer. Die hauen noch ab! Sag mal! Idioten. Die hauen noch ab! Feuererlaubnis erteilt! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Position! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Was für Hongs, ey! Die stehen hier rum und machen nichts! Alter, Falter. Bereit zu feuern! Erwischt! Ernsthaft? Ah, jetzt stecke ich fest! Wir sind erledigt! Raus hier! Was? 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 Einfach nur! Einfach nur! Einfach nur! Was ist hier gerade passiert? Seid ihr von der jüdischen Volksfront? Verzieh dich! Was? Judäische Volksfront! Quatsch! Wir sind die Volksfront von Judäa! Judäische Volksfront! Schwächlinge! ZOMBI! ZOMBI! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Für die 10 Bits! Vielen Dank! Was ist das? Das ist das Lakeville, oder? Ja. Das ist einfach unfassbar, was da abgeht. Das wird noch ein Lost. Also ich meine, der Burask ist ja der Oberknaller eigentlich, ne? Der könnte ja locker seine Mobilität benutzen, um die sich von hinten zu snacken. Zu dumm, um aus dem Bus zu winken. Oh, schön. Der gefällt mir. Ich will jetzt wissen, wie diese Runde hier ausgeht. Das ist einfach unglaublich. Gibt es von Twitch nicht so'n... Um den Stream auszuwerten... Ach, Twitch Inspektor heißt das, genau. Vielleicht sieht man da... ...die Probleme. Wieso muss ich mich jetzt hier... Ich bin doch schon eingeloggt... Oh, das muss ich mein Twitch-Passwort hier aussuchen. Hallo? Ich hab' mein Twitch-Passwort auch nicht im Kopf. Ich bin doch immer automatisch eingeloggt. Das könnte noch eine Weile dauern. Und ich glaube, wir werden das am Ende verlieren. Passwort-Manager... Passwort-Manager... Wow, der T30 schießt HE nimmt den Progetto nicht raus. Läuft. Okay. So, jetzt brauche ich ja noch meinen Security-Code. Na komm, Leute. Der Borask bewegt sich immer noch nicht. Hey, ein neuer Mozi. Hey, ein neuer Mozi. Audio-Video-Configuration-Issue-Detected. Address the following to optimize your Stream-Sviewing-Experience. Die durchschnittliche Bitrate des Streams ist zu hoch. Ja, das weiß ich. Das ist sie aber schon seit Jahren. Oh, wir haben Panzerast gefahren. Na, endlich. Sehr geil. Okay, also ich glaube, besser wird's heute nicht mehr. Ähm. Gut. Dann werde ich demnächst einfach mal... die Bitrate nochmal senken. Vielleicht liegt's an der Bitrate. Ich kann's mir aber irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ja, 3-4 geblockt. 6-6 Damage. ão. Gut. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020